Hallo und herzlich willkommen zu Galoxie Asperger TV. Ich bin Doro und heute werden wir darüber sprechen, was die Ursachen von Autismus sind. Viele Eltern fragen sich verzweifelt, warum hat mein Kind Autismus? Habe ich etwas falsch gemacht? Hätten wir etwas anders oder besser machen sollen? Warum hat mein Kind Autismus? Es gibt sehr viele Mythen und sehr viele Irrglauben darüber, woher Autismus kommt, wie er entsteht. Und bevor ich euch sage, was der aktuellste Stand der Forschung ist, möchte ich erstmal mit diesen Mythen und Irrtümern aufräumen. In den 80er Jahren hat ein britischer Arzt die These aufgestellt, dass die Masernröteln-Mumps-Impfung die Ursache für Autismus sein. Er hat beobachtet, dass Kinder, die in seiner Praxis geimpft wurden, bald drauf mit der Autismusdiagnose konfrontiert wurden. Und daraufhin hat er eben diese These aufgestellt. Es hat sich aber nachgewiesen, in all den Jahren, wo man das immer wieder untersucht hat, dass da keine Relation dazwischen besteht, dass da kein Zusammenhang ist, dass der Arzt einfach per Zufall eigentlich bemerkt hat, dass in dem gleichen Alter, wo eben diese Impfung fällig ist, auch das Alter ist, wo man eben eine Autismusdiagnose stellen kann, wo die ersten Auffälligkeiten so stark sind, dass man dann wirklich sagen kann, hier ist die Entwicklung des Kindes anders, als man es erwarten würde. Und das nennt man Autismus. Und diese zwei Faktoren hat er zusammengebracht. Und es wurde in all den Jahren, wo jetzt geforscht wurde, immer und immer wieder gezeigt, dass da wirklich keine Verbindung besteht. Also dass Autismus nichts mit einer Impfung zu tun hat. Und dennoch gibt es bald 40 Jahre später immer und immer wieder diesen Mythos darüber, dass Impfen Autismus verursacht. Das ist schade, aber deswegen mache ich diese Videos, um euch Eltern oder Angehörige, die ihr vielleicht verunsichert seid, da Klarheit zu geben. Der nächste Mythos, der stammt von Leo Kanner. Den hat er in die Welt gesetzt. Und zwar hat er 1943 mal zum Autismus gesagt, naja, das kommt wahrscheinlich von den lieblosen Müttern. Die Kinder kriegen nicht genug Zuwendung, sie werden schreien gelassen, ihre emotionalen Bedürfnisse werden nicht genug beachtet. Und deswegen entwickeln sie Autismus. Auch diese These ist falsch. Das stimmt nicht. Und das Schlimme an dieser These ist, dass es vielen Eltern jahrzehntelang immer wieder Schwierigkeiten gemacht hat. Und dass sie stigmatisiert wurden als schlechte Eltern, weil ihr Kind autistisch ist. Jegliche Erziehungsfehler, ob es jetzt übertriebene mütterliche Fürsorge oder mangelndes Interesse der Familie am Kind sind. Oder irgendwelche Erziehungsstile, die für die Gesellschaft in dem Moment nicht passend sind. Die sind nicht der Auslöser für Autismus. Natürlich sollt ihr euer Kind gesund ernähren. Und gerade autistische Kinder haben die Tendenz, sehr einseitig zu essen. Das führt dann natürlich zu Magen-Darm-Problemen und vielleicht auch Mangelernährung und nicht genügend Wachstum. Aber das ist ein anderes Thema. Spezielle Diäten, so etwas wie veganes Essen oder fleischhaltiges Essen oder mit Eiern oder Rohkost oder was es auch immer geben mag, auch die haben gar nichts mit Autismus zu tun. Ebenso ist ein Mythos, dass Elektrosmog, Chemikalien, Pestizide und andere chemische Verbindungen Autismus hervorbringen würden. Nein, das ist nicht richtig. Das wird nicht dadurch ausgelöst. Klar sollen sich Schwangere nicht gerade irgendwie mit chemischen Mitteln oder Dämpfe einatmen. Das kann einfach nicht gut sein. Aber es ist nichts, was man direkt auf den Auslöser für Autismus zurückführen kann. Und einige Zeit gab es noch die Vermutung oder die Befürchtung, dass die PDA bei der Geburt, dass die ein Auslöser sein kann für Autismus. Die PDA ist eine Schmerzlinderung während des Geburtsprozesses, die manchmal sehr notwendig ist und die man nicht umgehen kann. In manchen Fällen unter der Geburt sind die Schmerzen so stark, dass die Frau einfach verkrampft und Komplikationen bei dem Geburtsvorgang entwickeln würde. Die ganzen Gründe, warum man jetzt eine PDA legen sollte oder nicht, ich bin keine Hebamme, kein Arzt, die würde ich mir nicht anmaßen, hier genauer im Detail zu erklären zu wollen. Aber es ist ganz klar zu sagen, dass auch das Legen von einer PDA unverzichtbar sein kann und auf keinen Fall Autismus verursacht dadurch. Dazu gibt es weder belegende Studien, die das nachweisen können, noch macht es auch kein, also es macht keinen Sinn. Noch gibt es eben irgendwelche ganz klaren Erklärungsmodelle, die damit logisch im Zusammenhang stehen würden. Okay, jetzt haben wir besprochen, was auf keinen Fall Autismus auslöst, aber woher kommt der denn dann? Autismus und Gehirnforscher in aller Welt versuchen, dem Geheimnis auf die Schliche zu kommen. Was ist der Auslöser für Autismus? Wie kann es sein, dass wir für Krankheitsbilder wie zum Beispiel Alzheimer's oder auch Depression ganz genaue Rückschlüsse führen können auf bestimmte Krankheitsbilder? Beim Alzheimer's zum Beispiel der Verlust von Erinnerung oder eben bei Depressionen die gesteigerte Traurigkeit, dass es so etwas für den Autismus an sich eigentlich nicht gibt. Wenn jetzt die Forscher die Gehirne anschauen, dann stellen sie fest, dass das autistische Gehirn sich eigentlich nicht vom nicht-autistischen Gehirn unterscheidet. Die sehen gleich aus, haben die gleiche Struktur, die gleiche Masse. Man kann eigentlich nicht sagen, da ist was anders. Und dennoch vermutet man, dass irgendwie etwas mit dem Gehirn anders funktioniert, als das bei nicht-autistischen Menschen ist. Eine einfache Antwort wird es für diese Fragestellung nicht geben. Es wird weiterhin geforscht und ich kann euch vorweg sagen, es gibt noch keine klaren Antworten. Es gibt ein paar Ansätze, es gibt ein paar Ideen, aber die Ursache, wirklich, dass man das felsenfest sagen könnte, diese Erklärung gibt es nicht. Noch nicht. Jetzt habe ich von einer Wissenschaftlerin aus Texas gehört. Sie heißt Audrey Brumberg und ich werde es auch unten nochmal verlinken, wo ich das gehört habe. Die sich damit beschäftigt hat, die Gehirne genauer zu untersuchen. Und sie hat festgestellt, dass das Kleinhirn beim autistischen Menschen doch etwas anders ist, als beim nicht-autistischen Menschen. Das Kleinhirn ist verantwortlich für fließende Bewegungen, aber auch für die gesamte Steuerung der Motorik. Und wenn wir zum Beispiel über eine unebene Fläche laufen, dann sorgt das Kleinhirn dafür, dass wir nicht stolpern. Also wir lernen einzuschätzen oder wir können mit dem Kleinhirn einschätzen, wie wir uns zu bewegen haben. Dieses Kleinhirn, haben Sie festgestellt, ist aber auch dafür zuständig, zu merken, welchen Abstand habe ich von einer anderen Person. Und auch ist die Person jetzt traurig und müsste ich sie eigentlich trösten? Das sind Abschätzungen, die im Kleinhirn passieren, die irgendetwas mit dem anderen und mir zu tun haben und damit, dass die Abläufe, die Interaktionen zwischen diesen Dingen fließend, möglichst fließend sind. Brumberg hat entdeckt, dass autistische Gehirne weniger dieser Zellen haben, die für die Vermittlung von Botschaften zuständig sind und die im Kleinhirn ansässig wären. Das heißt, dass etwas, was im nicht-autistischen Gehirn übermittelt wird, wird im autistischen Gehirn nicht übermittelt. Ich persönlich finde das auch sehr interessant, weil ich mich dann frage, hat diese Motorikproblematik oder auch der unterschiedliche Muskeltonus, also zu schlaff oder zu starker Muskeltonus von autistischen Babys, vielleicht tatsächlich auch etwas damit zu tun? Wäre das eine Erklärung dafür? Und dann auch die Abschätzung von Abständen und das Lesen von Mimik und Körpersprache von anderen Menschen, hängt das auch vielleicht damit zusammen? Ich denke, die Wissenschaftler sind da dran, aber ich finde das auch spannend und ich werde da auch dranbleiben und das Geschehen auch mit weiterverfolgen. Das Team in Texas hat natürlich an dieser Thematik weitergearbeitet. Und in Untersuchungen an Mäusen haben sie festgestellt, dass wenn das Kleinhirn durch Erbgutveränderungen, genetische Mutationen irgendwie gestört wurde in den ersten Jahren, also in der frühen Lebenszeit der Maus, dann hat sich autistisches Benehmen gezeigt. Wurde dieses Kleinhirn aber erst zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie manipuliert, dann entwickelten sich keine deutlichen autistischen Anzeichen. Das heißt, irgendetwas in der frühen Entwicklung am Kleinhirn könnte der Auslöser dafür sein, dass Autismus entsteht. Aus der ganzen Forschung erhoffen sich die Wissenschaftler, eines Tages Methoden zu finden, mit denen man autistischen Menschen ihre Symptomatik etwas erleichtern kann. Die Autismusforschung ist natürlich weiterhin dabei und sie untersuchen auch Umweltfaktoren. Man kann so tendenziell sagen, dass hohes Alter zum Beispiel oder auch eine schwere Krankheit, die länger ging oder Komplikationen in der Schwangerschaft oder auch während der Geburt Sauerstoffmangel zu Autismus führen könnten. All diese Dinge sind nicht klar und es ist auf jeden Fall so, dass es keine nur eingleisige Antwort geben kann. Autismus ist ein Spektrum und ich denke auch, die Antwort auf die Frage, woher kommt es, wie entsteht es, wird wie ein Spektrum sein. Es werden bestimmt verschiedene Einflüsse drin vorhanden sein und klar ist aber auf jeden Fall auch, dass es vererbbar ist. Also wer in einer Familie Autismus hat, der muss auch damit rechnen, dass er das an seine Kinder weitergibt. Sollte ich hören, dass sich wieder in der Wissenschaft etwas getan hat und wir jetzt plötzlich mehr über Autismus wissen, dann melde ich mich mit einem neuen Video. Und ansonsten sollten wir auch vorsichtig sein mit voreiligen Schlüssen und Verschwörungstheorien und Stigmatisierung von Menschen. Das tut niemandem gut. Einzig darum soll es gehen, dass man schwere Symptomatik, die für denjenigen problematisch ist und unangenehm ist, gelindert werden kann. Dafür finde ich das sehr sinnvoll und ich hoffe, da wird etwas bald gelingen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Woche und bis nächsten Dienstag. Tschüss!